Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Hypixel Skyblock im Koop-Modus. Ich bin ja auf unserer Koop-Insel, die wollte ich euch mal vorstellen. Es ist nämlich schon eine Weile her, dass ich hier was zu gemacht hatte. Ja, da gucken wir gleich mal ein bisschen genauer rein. Die Koop-Insel ist zusammen mit Trimax, Romatra und Chef Strobel. Wir sind zu viert drauf und ich kann ja mal so den Zwischenstand mal zeigen, was wir da noch gemacht hatten. Außerdem, ich werde hier, ich glaube ich, ein bisschen regelmäßig darüber bügeln demnächst und nicht mehr Stream-Sachen rausschneiden oder vielleicht nur... Ich muss schauen, wie ich es mache, denn teilweise ist es so, eine Folge neu aufzunehmen, ist für mich aufwandtechnisch einfacher, als sie zu schneiden aus dem Livestream, interessanterweise. Naja, also, willkommen zur heutigen Folge. Falls du neu bist und mich noch nicht kennst, würde mich freuen, wenn ich vergesse, den Kanal zu abonnieren. Dann hat noch alle weiteren Videos bei dir eine Abo-Box, das würde mich sehr freuen. Und ja, nur so als Hinweis. Dann, ich bin auch ein klein... Das Video kommt auch ein paar Tage später, als ich es jetzt aufnehme mal wieder. Denn, äh, ja, ich habe aktuell nicht so viel Zeit. Ich zeige mal ganz kurz den Zwischenstand zur aktuellen Aufnahme. Und, ähm, wir sind hier ganz gut vorangekommen. Vielleicht habt ihr die ersten Folgen gesehen, wo wir schon ein bisschen gestartet haben. In der Zwischenzeit seid ihr richtig was gebildet, Leute. Ich sehe auch, da hinten sind gerade Kakteen am Start, ne? Ich kann gleich mal durch die Collections durchgehen und alles zeigen. Wir haben auch hier einen Teleporter drin, der uns nach unten warpt zu dem ganz großen Cobble Generator, den ich gemacht habe. Aber die sind schon wieder einiges an Stunden drin, ne? Ähm, ich habe während dem Stream... Oder, ne, Offscreen. Ich habe während dem Stream, wenn ich alleine war, eigentlich nicht fortschrittsmäßig weitergemacht. Weil das wollten wir mal gemeinsam machen in den Gruppen. Aber wenn ich alleine livestreame und auf der Insel bin, da kann ich aber zumindest dekotechnische Natur Fortschritte machen und Sachen weiterbauen. Und wie ihr sehen könnt, ich habe auch hier ein automatisches Lager reingesetzt, welches, denke ich mal, ganz gut funktioniert. Ich habe hier ein etwas anderes Filtersystem genutzt, weil eigentlich haben wir ja genug von allen Materialien als Filterblöcke, Notenblöcke, weil die schmeißt sowieso keiner rein. Und da wir immer genug Material sowieso haben, habe ich hier vorne einfach mal 41-Dias-Stacks jetzt reingeworfen. Das ist ein bisschen stabiler, frisst aber halt, ist nicht so Survival-tauglich, ne, für Minecraft Vanilla. Ja, denn beispielsweise auch bei Diamanten muss man 41-Dias nur als Filter-Item drin haben. Und das ist halt doof, weil in ganz normalen Minecraft hat man ja nicht Dias ohne Ende, so wie wir die hier halt haben, ne. Das ist die Sache. Und deswegen habe ich sonst nochmal die andere Filter-Methode gemacht. Aber hier habe ich mal diese genommen, auch weil die ein bisschen sicherer ist. Wenn das hier voll ist, dieser Slot, dann ist es nicht so viel, dass es rechts und links die Items mit rauszieht und das Lager kaputt macht. So, Überschusskisten stehen hier hinten, ne, wo die Sachen drin landen, die nicht einsortiert werden können. Die haben hier so in der Reihe rundherum gehen. Und ich bin halt mal reingegangen und habe mir gesagt, ja, ich kann da schon ganz ordentlich groß bauen. Übrigens, das hier ist der Bedrock-Block von unserer Start-Insel am Anfang. Der ist hier ganz in der Mitte. Da spawnt man da normalerweise drauf, also man sitzt so auf dem Amboss. und, äh, ja, ist das Zentrum von unserem Lager. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut hingekriegt. Und hier ist halt ein Teleporter, da kann man sich runterworben mit unserem Cobblestone-Generator. Da habe ich auch einen ganzen Livestream lang dran gesessen. Der Cobblestone-Generator ist so lang, der geht von, äh, einer Hälfte, oder von einer Seite der Map bis zur anderen Seite der Map. Und ich habe hier auch die ganze Zeit immer so einen kleinen Bug gehabt. Immer wenn ich hier, das Ding ist on fire übrigens, immer wenn ich hier auf den Teleporter bin, um mich wieder zum Anfang zu teleportieren, dann backe ich hier so drin. Leute, wisst ihr, woran das liegt? Also ich hänge irgendwie in der Schwimmposition hier, aber ich weiß nicht genau, wieso. Also mit Flug komme ich dann da raus. Aber wenn ich jetzt hier, ähm, einmal durch, ich bin hier jedes Mal am rumbuggen. Äh, ich habe gesehen, Trimax oder die anderen haben kein Problem. Die können ohne weiteres durch. Übrigens, hier vorne ist noch ein kleiner Insider. Wer das liest, ist doof. Sparky, die Beste. Naja, ich habe echt hier richtig lange dran gesessen und das Ding gebaut. Aber, ähm, und hier wieder, wow, zum Anfang, jetzt backe ich hier schon wieder rum. Warum, warum auch immer, ich, das ist nur bei mir der Fall. Ich weiß nicht, woran es liegt. Mit Flug komme ich raus. Ich habe auch schon probiert, jetzt hier, so, ne, mal eine Slap zu setzen, damit man easy rauslaufen kann oder so. Es geht einfach nicht. Wenn jemand weiß, woran es liegt, ich habe es ganz genauso gemacht, wie auch auf meiner eigenen Insel zu Hause und anderen das Problem nicht. Ich meine, keine Ahnung, vielleicht bin ich zu einem großen Quadratsschädel. Weiß ich nicht. Gut, und hier kann man dann auch jederzeit wieder zurückwarpen auf blau. Ansonsten können wir uns auch mal unsere Kürbisfarmen anschauen. Übrigens kann man auch ganz entspannt jetzt runtergehen, wenn man einfach den Teleporter nimmt, ne, gehst hier entlang, nach Orange runterwarpen und dann kann man von hier einfach zu der Kürbisfarmen hüpfen und loslegen mit abernten, ohne Fallschaden zu kriegen. Das ist halt auch nochmal mega nice einfach. Und, äh, gut, ein kleines bisschen Fallschaden kriegst du, weil ich habe ja Flugtumme nicht ganz vergessen. Naja, aber jedenfalls, Kürbisse wachsen, die werden fett geerntet und das ist halt die aktuelle Technik. Die Jungs haben ein bisschen Spaß dran, Trimex vor allem auch, den Kobbelstand zu grinden. Da kommt so abartig viel bei rum. Und wir haben auch schon Supercompactor verkauft, sodass wir unseren Bankaccount ein bisschen geboostet haben. Ich kann doch gleich mal in die, in unser Aktionshaus schauen, was wir da noch so im Angebot drin haben. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Aber soviel erstmal zu diesem Teil. Hier oben steht noch ein Kobbelgenerator, das ist ein Alter, der, äh, ja gut, würde, würde auch noch funktionieren. Das ist gerade außer Betrieb, weil, ähm, ich habe ja den großen unten gebaut und dann brauchen wir den hier oben eigentlich nicht mehr. Hat mit ganz viel Lave-Eimern unten das Zeug dann voll gemacht. Hier gibt es auch Haze-Tränke, ne? Du musst einen Haze-Trank einwürfeln, damit du Insta-Mine kannst mit der Efficiency, ähm, Fünf-Picke, mit der Gold-Efficiency-Fünf-Picke. Und wir haben noch keinen Stonk, sodass wir den nutzen können, um da ganz gut durchzueiern. Gut, äh, kleine Enchantment-Table und hier sind ein paar Minions, die kann ich, glaube ich, sogar entleeren. Ein paar davon sind recht voll. Da würde ich mich mal zur heutigen, äh, Raubtier-Fütterung, ich meine natürlich Minion-Entleerung, begeben. Und aktuell steht noch ein Bauminion. Oh, hier, kann ich mal mitnehmen. Und, äh, es wird Redstone und Lapis gemacht. Das brauchen wir halt für alles mögliche immer. Ich nehme, ich sammle immer gerne die Minions, oder ich bin, ich bin gerne am Minion-Item einsammeln, ja, ist halt ein, ja, einloggen, Minions sammeln, so, so ein kleiner Dienstjob, aber ich finde den voll angenehm, weil ich level dabei durchaus immer mein Mining-Level und so und dann kann ich mir ein bisschen grinden, ersparen, was ich schon auf dem Haupt-Account mehr oder weniger gemacht habe. Und das Enchanted Redstone wird alles umgewandelt in, ähm, Super-Compactor, würde ich sagen. Und, ähm, ja, wir haben noch sechs Enchanted Redstone-Blöcke übrig. Da wird, äh, ist durchaus ein bisschen Kapazität drin, dass wir da noch, ja, ein bisschen was rauskriegen. Ich würde übrigens auch mal hier die, die Oak-Logs mal kurz zum Enchanted Oak-Log machen, weil, äh, ist kein Platz mehr in der Kiste drin. Obwohl, wir haben eine zweite Kiste, nee, nein, ich habe noch keine Doppel-Kiste, okay. Ich muss auch noch eine zweite Kiste oben drüber machen. Wir wollen ja Doppel-Kisten für alles haben, habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Brauche ich aber wieder neue Kisten und Drap-Chests und alles mögliche und deswegen bleibe ich gerade mal erst bei der, bei dieser einen Kiste hier. So, da habe ich acht Enchanted Oak-Log nochmal rausgezogen. Ein paar Kisten, vier noch und, was auch aktuell geplant ist, ist eine Sandinsel zu erfarmen, deswegen sind hier die Kakteen-Minion. Ähm, jetzt fragt ihr euch, okay, hier ist auch schon Sand, wo habt ihr den her? Den kann man in der Lobby kaufen, den Sand. Und, ja, vielleicht kann ich so einer an der Minion noch einmal upgraden, der jetzt gleich hier bin. Den haben wir in der Lobby gekauft. Problem ist allerdings, wenn du, ähm, okay, den habe ich gerade. Wenn, wenn du in der Lobby Sand kaufst, dann kannst du trotzdem nicht damit Collections freischalten, sondern, ähm, du musst wirklich eigens welchen farmen und mit Kakteen gibt es halt die Sandinsel und dies, das und dies, das, dies, das und so weiter, sofort. So, endlich macht es auch mal alles raus. Jede Menge Kakteen hier drin. Was sind unsere Haupt-Minion? Wahrscheinlich, das hier ist Level 2. Alle anderen sind Level 1. Eventuell kann ich mal so nett sein, das upgraden, weil es ist gerade Nacht, es ist gerade spät und die sind auch nicht mehr online und ich schätze mal, äh, es ist nicht verkehrt, wenn ein Minion geupgradet ist. Es geht ja für die Sandwels auch nur darum, das Minion erstmal freizuschalten. Zack, Level 13. Ja, genau, 18 weitere, da haben wir schon den 13. Slot, 12. Was haben wir denn? Als nächstes, okay, Encharted Cactus Green und da müssen wir, das ist natürlich ekelhaft bei den Kaktus-Minions zum upgraden. Du musst den, äh, Kaktus, äh, brennen im Ofen. Musst du schmelzen. Und das ist ein extra Arbeitsschritt und ich glaube, anders als bei allen anderen Minions, oder? Ist doch voll anstrengend, dass man alles einmal noch durchbraten muss, bis man upgraden kann. Ich glaube, das gibt es bei keinem anderen. Oh, hier ist noch wieder Clay am Start. Clay in Massen, was das Fishing... Gut. Ich habe mir, ich habe nie daran gedacht, dass man auch einfach direkt mit der linken Maustaste auf den Stern klicken kann. Habe ich heute zuerst im letzten Stream gehört. So, machen wir mal das Enchanted Clay durch. Gut, dann da nochmal und da nochmal. Und hier hinten habe ich noch ein Eisen drin. Sehen wir auch nochmal mit raus. Ja, Mining-Level läuft. Finde ich schon mal gut. Aber ja, das ist so, wir haben auch von außen markiert hier mit Erde, wo es lang geht und so. Und ganz, nee, warte mal. Aromatra wollte eigentlich noch auch mit Erde die Insel vergrößern. Hat er irgendwo mit Erde die Insel vergrößert? Ja, hier hinten hat er angefangen. Da werden aber auch Mobs spawnen können. Und wir werden jetzt Stück für Stück die Insel größer machen, sodass wir Platz haben, um Häuser und Ähnliches zu bauen. Und ja, nur nochmal so von der Dimension hier oben. Man hat es ja schon bei meiner Insel immer gesehen. Aber so viel Platz hätten wir hier. Ich finde hier schon ganz gut Platz. Aber wir kriegen noch mehr Platz. Es sieht mehr einfach aus, wie bei meiner Insel. Ist eine Korbinsel größer oder kommt mir das nur so vor, weil ich halt so einen riesen Fluss da gebaut habe, der folgt den Platz wegnimmt? Wahrscheinlich, weil ich den Fluss gebaut habe, wenn er mir Platz wegnimmt, denke ich, ich habe kaum Platz. Aber nee, die sind alle gleich groß, denke ich mal. Ja, und das ist auch eine hochtechnisierte Insel, sage ich jetzt mal. Schön, Zeug zum Farmen, alles Mögliche da. Finde ich echt cool, was da geworden ist. Gut, ich habe jetzt auch ein bisschen Erfahrung mitgebracht aus dem Singleplayer. Deswegen weiß man schon so grob, was man machen muss halt. Und nein, ich kann nicht immer alles oben ins Sortiersystem werfen, weil enchantete Sachen frisst das System ja trotzdem noch nicht. Gut, ganz tonnenweise Eisenböcke. Oh, das ist nett. Und enchanteter Clay kommt hier rein. Und den sämtlichen Rest, den kann ich jetzt mal aussortieren. So, und zwar hier den alles weg, dampen alles weg, alles weg. Und mein Inventar ist wieder komplett clean. Dann zu den Collections. Was haben wir so an sich alles freigeschaltet? Die Collection selbst ist auf 91%. Das meiste haben wir tatsächlich. Uns fehlt aktuell noch Eis und Sand. Sand ist halt das Ding, wie gesagt, wo wir mit dem Kakteen-Minions hinarbeiten. In der Combat Collection fehlt Gunpowder. Entschuldigung, Gunpowder habe ich. Fehlen Gastränen und Blaze Rods. Und die sind halt noch ein bisschen strong. Gibt es ein Nether und da haben wir auch noch nicht frei gebattelt. Bei Forging haben wir alles und bei Fishing auch alles bis auf Schwamm. Allerdings sollte Schwamm machbar sein. Das kriegt man nämlich im Minion. Im Fishing-Minion. Mal gucken, wie viel fehlt denn da. Fishing-Minion, 50 müssen geangelt werden. 41 haben wir erst. Ja, da wird wohl demnächst mal Fishing am Start sein. Ansonsten zu den Stats von den Skills bei mir. Ich bin bei Farming gerade auf 15. Oh, bei Mining auch auf 15. Combat auf 10. Da muss ich ein bisschen machen, damit ich Richtung Endinsel langsamer kann. Forging 12. Fishing 5. Obwohl ich noch nie geangelt habe. Das habe ich einfach nur durch die Clay-Minion gemacht. Enchanting 9. Ich muss mal mehr enchanten. Alchemy 2 für Drangbrauen und Carpentry ist... Ah ja, muss ich erst noch freischalten. Das könnt ihr euch mal machen. Rune-Crafting auf 3 schon. Weil ich irgendwo mal Runic-Mobs oder so geklatscht habe. Pass auf, wir machen das mal eben. Wir gehen mal eben zum Carpenter und schalten uns das auch frei. Aber ja, das ist so im Groben die Insel. Und ich muss sagen, viele Zuschauer waren skeptisch auch. Ob die das hinkriegen, das wäre komplettes Chaos. Die Jungs sind fit. Also Trimex, Romatra und so, die friemeln sich da rein. Und haben eine sehr schnelle Lernkurve auch. Und das ist echt nice. Also es bockt echt. Und ich bin echt gespannt, wie weit das auch noch durchgezogen wird für die Zukunft. Hypex-Desklarpac hat halt so ein bisschen die Fähigkeit zum Langzeitprojekt, sage ich jetzt mal. Und bin ja auf dem Hauptakon auch schon jetzt zwei Monate dran. Und hier sind wir jetzt zwei Wochen oder so. Oder ein bisschen mehr. Hier ist der Apprentice. Ne, 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 ne. Stopp, Carpenter ist oben. Hier unten kann ich dann die Sachen kaufen. Aber ich musste erst mit dem Typen hier oben reden. Talk to the Carpenter. Welcome to the furniture shop. Sales are too good right now. I can't keep up with the demand. Could you bring a stack of wool to help me replenish my stock? Ja, jetzt müsste ich theoretisch halt Miniquests machen und ein Stack Wolle besorgen oder so. Den gibt es ja da drüben auf der Barren-Insel. Vielleicht kann man da mal lang gehen. Eventuell habt ihr es ja auch noch nicht gemacht. Am Anfang ist es hier verkehrt, mal hier oben die ganzen gelben Quests sich anzuschauen und zu machen. Ja, bis man Stack Wolle hat. Das dauert aber auch wieder ewig. Also, was heißt ewig? Jetzt kann man bestimmt eben mal machen. Ach, sagt bloß. Kaum ist es mal etwas später und Nacht. Guckt euch das mal an. Hier ist die komplette Lobby voll mit Weizen. Keiner ist hier und farmt. Was ist denn hier los? Da kann ich aber gleich anderweitig auch noch mal ein bisschen hochleveln. Bin ich einfach gerade zur richtigen Zeit in einer neuen Lobby, oder? Ne, das ist eine Hauptlobby. Das ist eine Hauptlobby, wo nicht viel los ist. Ich habe nicht über das Hub mir jetzt ausgesucht, wo es lang geht, sondern ich bin hier lang. Da kann ich doch bestimmt gleich Entschadet Weizen machen und so weiter und so fort. Jo, wird auch recht fix aufgefüllt. Habt ihr das schon mal miterlebt? Eine Lobby, die komplett voll ist und niemand farmt? Es sind immer noch, keine Ahnung, 30.000 Leute online, aber eigentlich ist es ja auch total egal, welche Tages- und Nachtzeiten man hat. Die Leute sind meistens immer gleich aktiv, es spielen nur generell weniger. Das merkst du aber nicht, weil die Lobbys immer gleich gefüllt sind, weil immer nur eine neue Lobby aufgemacht wird, wenn eine alte voll ist. Kann man echt gut farmen. Es fehlt nur eine Hake mit Harvesting oder so, dann würde das richtig abgehen. Übrigens auch ein sehr guter Spot für Anfänger zum Coins farmen. Wenn ihr ganz frisch auch einen Account gestartet habt, einfach hier hingehen, Weizen abernten, Shop verkaufen, zack, direkt Coins. Also ihr könnt es richtig viel, ein richtig kurzer Zeichel jetzt auch alles voll. Ist ja schon zu schade, es nicht abzuernten, ganz ehrlich. Naja, wir müssen uns mal Harvesting besorgen, Harvesting 5. Dann würde man noch viel mehr rauskriegen, als das bisschen, was ich hier jetzt rauskriege. Ich habe aber generell das Gefühl, dass das voll schnell sich jetzt erfrischt. Und dann hier drüben nochmal eine. Ey, das macht gerade echt Bock. Also komplett volle Felder zu rasieren macht echt Bock. Könnte ich stundenlang machen, einfach so durchgehen und frrrt. Ich habe auch die Blocks sonst ein bisschen ausgemacht, aber. Ja. Kann man das gut hören? Jetzt höre ich es besonders gut. Oh ja. Vor allem dieses Bling jedes Mal. Okay, ich muss all in gehen. Ah, das ist so satisfying. Jedes Mal, wenn man einen Punkt aufsteigt. So, wie wenn die Münzen klimpern. So, und den Weizen, der wird zu... Warte mal ganz kurz. Ich muss das zu Heuballen machen. Kann das sein, ne? Da kann man übrigens ein Sharded Bread draus machen. Also ich mache es zu Heuballen und dann können wir das nochmal zwischenlagern. Die Sieg verkaufen wir dann einfach. Und nochmal. Ich glaube, das ist gemeint mit Klimpern in der Kasse. Oh yes. Wenn das auch noch bei Karotten, Kartoffeln so wäre, wenn ich auf dem Haupterkont mit der Harvesting 5-Wacke da wäre, dann wäre echt GG. Also hier kann man es echt nicht beschweren. Das ist ganz schön. Und da gehe ich mal wieder rüber zum Barn und auch zum Feld, weil Wolle gibt es bei Schafen. Und Schafe, die muss ich erst da oben klatschen. So. Was besonders mal abgefarmt ist, sind die Kartoffeln hier. Ich sehe aber gerade kein Spieler. Was zum Geier. Voll wenige Leute. Und auch voll viel Grün zurück, was da ist. Klar wird es so ein bisschen abgefarmt zum Teil. Karotten hier auch, aber. Hm. Ja, mal gucken. Ich würde ein kleines bisschen anfangen, vielleicht Wolle zu farmen. Da will ich ja unbedingt einen Stack haben. Kann ich vielleicht die Wolle Collection ganz kleinen Tacken leveln oder so. Aber. Kann man mal rein. Übrigens, ein geschertes Schaf bringt hier trotzdem. Wolle, weil es ist ein Custom Loot System. Und es ist so ungewohnt, dass ich zwei Schläge für so ein Schaf brauche, ne. Ich mache gerade mal. Ich mache viel zu wenig Schaden. Ich habe da noch First Strike drauf und alles mögliche. Gut, im Endeffekt Arthrobot zu weit, zu klar. Aber ich kann auch die Zombies mit 100 Lebenwohnen hitten. Aber die Schafe kann ich aber immer nicht wohnen hitten oder was. Das ist bitter. Sehr, sehr bitter. Ja, ich gucke mal. Vielleicht werde ich die Aufgabe jetzt auch nicht machen. Das dauert ein bisschen. Vielleicht zu lange. Ich habe jetzt sieben Wolle. Immer Stück für Stück ein kleines bisschen. Und dann kann ich das mal abgeben. Stück für Stück. Ich brauche unbedingt mal einen Grappling Hook. Damit ich vorankomme. Ganz gut. Aber müssten wir uns halt kaufen. Oh, und den Bankstand muss ich noch anschauen. Wir gucken uns gleich nochmal den Coinstand auf der Bank an. Weil das ist auch noch so ein Ding. Ich weiß gar nicht gerade, wie der ist. Wir hatten, glaube ich, noch ein paar Sachen verkauft. Und wir hatten auch einen Supercompact halt verkauft. Aber zum normalen Preis. Sogar noch recht günstig mit unter 400k. Und die Supercompacte hat wir auf dem Hauptaccount gesehen. Die gehen teilweise auch bis 450k weg. Also ist schon ganz nett. Wenn ich auf die Bank schaue. Wir haben aktuell 762k drauf. Und ja, 397,5k gab es für den Supercompacte. Das hat sich echt gelohnt. Das hat unseren Coin-Count verdoppelt. Durch Eintagfarmen oder so. Das ist nice. Und wenn ich mal was abgehoben habe zwischendrin. Dann war das halt immer für Baumaterialien. Für Lava einmal. Für den Cobalt Generator. Oder für Erde. Dass wir die Insel halt vergrößern können. So Sachen. Gut. Aber wie viele Coins habe ich jetzt eigentlich gemacht? Allein nur dadurch, dass ich da rumgeeiert bin. Bei den Teilen. Beim Siez hier. Okay, das ist ein bisschen laut. Ich mache wieder runter. Ich habe die Blocks runtergedreht gehabt. Sehr leise haben wir es jetzt. Ja, das ist schon auch nicht schlecht. 500 Coins in etwa. Und wenn ich noch das Weizen mitrechne. Nochmal 500. Tausend. Vielleicht kann ich hier auch nochmal zusammenfassen. Also. Das ist nach ein paar Minuten. Und wenn die eine Lobby leer ist. Dann müsst ihr einfach auf eine andere Lobby wechseln. Am Anfang. Dann könnt ihr wieder farmen. Und dann habt ihr innerhalb von. Ich sage mal eine Viertelstunde. 10.000 Coins. Wenn ihr fix seid. Also. Also. Jetzt wirklich. Allein das hier waren. 1000 Coins nochmal. 1500 Coins eben gefarmt. Nur dass ich die paar Felder da vorne abgeerntet habe. Gut. Auch noch eine Sache. Die mir einfällt. Was ebenfalls noch gut zum Ernten ist. Weil da nicht oft Leute eigentlich sind. Ist. Sind die Felder hier drin. Die sind auch nochmal Karotten. Und die sind dann meistens immer komplett voll. Kann man mal lang gehen. Ja. Vielleicht kann ich auch mal so ein Coin Guide machen. Wo man die besten Coins farmt. Habt ihr an sowas Interesse? Schreibt mal bitte in die Kommentare rein. Dann werde ich demnächst mal im Video wirklich. Verschiedene Möglichkeiten zeigen. Wie man Coins machen kann. Auch wenn ihr die alle schon. Auch wenn ihr sie schon gesehen habt. Wenn ihr den. Nein. Die sehr ein bisschen verfolgt. Dann habt ihr es wahrscheinlich schon gesehen. Aber vielleicht so als separates Video zusammengefasst. Oder so. Mit. Cobble Generator. Wie man den baut. Melonen Farm. Wie man die richtig aufbaut. Und so. Wo es am. Platzeffektivsten halt ist. Und so ein paar Sachen halt. So. Und. Nur sind nebenbei. Die Karotten die ich jetzt gekauft habe. Die werde ich nochmal verkaufen. Und dann. Schauen wir mal. Wie viele Coins das jetzt. Eben waren. Wirklich nur dieses. Dieses. Ein kleines Momentchen. Wo ich durchgelaufen bin. Und einmal die Felder geerntet habe. Dafür. Dass wir wirklich nichts brauchen. Das ein öffentliche Lobby ist. Ist auch nochmal was anderes. Und ich kann auch schon noch hier im Librarian die verkaufen. Oder? Ja. Muss ich noch erstmal anklicken. Ich habe viele noch nicht angeklickt. So. Und jetzt kann ich bestimmt hier lang gehen. Genau. Ja. Von 640 irgendwie auf. So. 1200. Nochmal 500 Coins. Mal eben for free. Kann man mal machen. Ja. Läuft. Dann würde ich alles mal einzahlen. 1000 Coins. Das lohnt sich halt immer schon. So auf 763.000 insgesamt. Die wir haben. Nice. So viel zur kleinen Update Folge der Hype der Coop Insel. Halbwegs insgesamt der Coop Insel. Und ja. Wie es weiter geht. Erfahrt ihr demnächst. Bis dann. Lasskachen. Und ciao. 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 Ciao.